Willkommen zurück, man glaubt es kaum, es scheint es ist ein Traum, doch liebe Freunde, es ist wahr, wir zocken heute Among Us, das ist klar, bester Reim, ja Leute, willkommen zu einer kleinen Runde von Among Us, ich saß abends da und hab mir gedacht, was nehme ich denn für den nächsten Tag auf, jetzt kam ja seit 4 Tagen kein Video mehr, äh, Schande, und ja, wie gesagt, also komm, zicken wir mal eine Runde online, äh, Among Us, und zwar treten wir einfach irgendwelchen Lobbys bei, Hallo, das ist noch registriert, okay, gucken wir mal, hallo, so, was sind wir, ein Crewmate, alter, voll viele hier, sogar ein Twitchy-Streamer, oh, die alte Map sogar noch, komm, los geht's, so, mich will mal ein paar Dingsen hier abschießen, so, das haben wir schon mal, weiß gar nicht, wie viele Impostas es gibt, Ach, das ist der Twitch-Mann, eh, 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 oh, das war grad sehr verdächtig, habt ihr gesehen, der ist da einfach mal schnell, äh, hineingekommen und dann ist er wieder rausgegangen, das war schon sehr, sehr verdächtig, also, das war, glaub ich, blau, sobald ich mich erinnere, Okay, also, wenn der Blau-Lein nochmal reinkommt, haben wir ein bisschen die Arschi-Karte gezogen, Leidung verlegen bei der Telekom Oh, 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 nein, ey, geh weg Da gibt's erstmal ein Emergency-Meeting So, warte, jetzt, ähm, Crew Wie hieß Blue nochmal, bei der Crew Ich find's so blöd, dass man gar nicht mehr richtig schreiben kann hier, man muss jetzt immer das machen, CS-Statements Ey, Alter, haben die alle auf mich getippt? Ich hab's selber auf mich getippt Hä? Hä? Ich wollte auch Blau sagen Mann, man kann gar nicht mehr hier rein schreiben Blau was sus Wisst ihr, was dat für ein Bullshit ist? Um einem geistlichen Auge So, hören wir uns mal hin Ah, guck mal Da ist Blau, was macht er jetzt? Ah Oh Ja, gut So, ich guck mal grad, was wir nicht alles sagen Location Ah, ja, mhm Alter, warum setzt ihr da auf Spiky Water? Hat der Mini auch umgebracht, Spiky Water? Ich weiß es jetzt gar nicht Ach, ah, Leute, was macht ihr denn? Ist immer ein bisschen anstrengend hier Meine Fresse Und hoffen mal, dass wir hier nicht Aber wir können uns nicht von dem Impostor überrannt werden Nee, wartet mal Das ist falsch Ach, Mann Ey Weißt du, du hast eine Aufgabe und nicht mehr die kriegst du hin Muss nur Kabel Oh, noch, der nächste ist tot Es war doch nicht der Dann ist es wahrscheinlich Mandnag Und Fullit Ein sehr interessanter Name Bin mal gespannt, was die jetzt setzen Haben die, also Hm Oh, ja Das ist gut Nee Fuh Fuh Ach, ich will ja nicht reden, ey Muss man grad was trinken Laut meinen Prognosen war er nicht der Impostor Alter, die kriegen ja auch gar nichts in die Guys, ne Ja, da waren es nur noch ein paar Junge, ich meine Guck dir den Typen doch mal an Der guckt doch schon so, ja Also Hallo Sorry, dass ich dich gebotet habe Es war ein bisschen unbegründet Es tut mir leid Guck mal, der wartet doch schon Der macht doch gar nichts mehr Der wartet doch einfach nur schon Das ist er hier Da ist er, der Impostor Junge, ist der gerade aus dem Welt rausgekommen Junge, der ist einfach aus dem Welt rausgekommen Oh, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt Oh, das könnte jetzt lustig werden Oh, das wird jetzt, das wird jetzt funny Zwei normale Und zwei sind hochgradig Impostor Konnte der Schießschreiben Haben wir gewonnen? Oh Was? Nee, stimmt, der war es ja auch nicht Warte, es gibt nur Hä? Als ob dieser eine Impostor Alle Das arme Twitch-Haustier Jetzt muss ich das verbinden Wie geil ist das denn? Oh, jetzt wird's richtig spannend Was machen die jetzt? Okay, also Jetzt Mundnack und Ei sind im Nee Hä? War Ei ist doch Ist der nicht aus dem Ich bin jetzt auch verwirrt Ich als Geist blicke jetzt auch nicht durch Wer gerade Impostor ist Aber mich hat doch Mundnack getötet Oder war's doch Lila? Ey, wir haben gewonnen Wie geil ist das denn, liebe Freunde Da sind wir Ja Woo Wir haben einfach Geilo Schmeilo gewonnen Das ist doch mal Einfach toll Ey Leute, das war doch eine super lustige Runde Von Among Us Wenn ihr mehr Among Us sehen wollt Ich meine, klar Das spiel ich jetzt dran Ein bisschen Oder so Aber hat mir gesagt Hat mir sehr gefallen Als Captain Squawky Mit der schon Schönen Pilotenmütze Dann schreibt das mal gerne In die Kommentare Lasst ein Like da Und dann sehen wir uns gleich Beim nächsten Video Bis dahin Macht's gut Tschüssi Tschüssi